voll vortäuschen also wenn ich wenn ich fehle ist man das connect ja ist klar das musst du dann auch im video erwähnen wir spielen wir spielen mit wir spielen mit unseren cox marco kannst du festhalten er schalte kurz fest warte so wann gehst du rein warte ich frau noch wenn ich mein computer zu hause hat muss mir mal sagen was ich alles für sachen brauche zum stream brauchst du brauchst echt nur bluestacks ich habe kein dings hier da muss man sich extra anmelden also android und so war ja musst du dich einmal anmelden genau das geht aber recht easy geht es auch mit ios weil ich habe kein antwort ja ja klar geht ja okay also ich hab's auch hinbekommen also wirst du es allemal schaffen dann schon ja dann bin ich zuversichtlich ich bin nicht so technik affin naja ich eigentlich auch nicht so oder was computer live wer denn auch mann trolle kennt ihr das von früher in der vorbereitung am vorbereitungsdaten sind die leute von blatt eigentlich von wem glatt wie meinst du wo sind die wollten die nicht mal mitmachen damit wir sehen wer was drauf hat ja schon war ja gestern da aber war nix war nix direkt aussortiert gestern war katastrophe ne der ist eigentlich gut man denkt mal beim richtigen krieg dann plant er auch und so ja keine ahnung wir warten ja bis angreifen machen wir die liste zu ende mal wir brauchen ein paar ratos zähne für die cw 11 war ja wir haben jetzt schon acht wir brauchen 15 stück oder sowas ungefähr aber haben wir auch acht gute ja mich ja also ich zähle mich nicht dazu wir haben von guten leuten geredet schaut euch mal bitte den angriff aufs dinge an also das ist ein dreier der von von this is young der war gut ja jan hat drei geholt ja das gibt es auch mal achso den hatten der angriff hast du kopiert ne ich habe den für sky gemacht gestern ja quatsch lappen sky ist der geilste kommt online mal sagt ja ich glaube die anderen machen drei und haut wieder ab einfach so ganz geteilt guter angriff ja 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 was sagt er jetzt zu kombos jetzt das sind hocks wieder ja hocks und loons okay ich habe irgendwas gesehen von powerbang der bastard mit den babydrags ja das ist nicht safe naja ist irgendwas auf rathaus 10 safe ich hasse powerbang ab jetzt ja aber du kannst ja wenigstens nur ein bisschen einplanen ja ja bei babydrags ist einfach glück einfach nur spam und du musst die queen einmal durch die komplette base bekommen sonst klappt das auch nicht darf ich darf ich in dem wenn wulbi jetzt aufnimmt darf ich sagen fuck powerbang ja 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 was heißt was heißt ein verräter to ne wie heißt das noch judas traiter traiter ja traiter ja auf jeden traiter fuck powerbang der traiter community traiter ich traiter dich im Arsch ey wenn wenn erst wenn du erstmal echt deine kohle mit youtube money verdienst dann dann veränderst du dich halt ne ja genau so wie ich so wie ich du warst auch richtig paras mit youtube total Marco du hast gar nicht den grüsch mitbekommen ne doch den habe ich doch vorhin schon die ganze zeit angewendet ah ok cool mit dem spenden war ja ja so stabi wir warten alle ganz ja stopp gespannt schon die ganze zeit auf die 6 drauf auf die 6 gleich macht er die 6 vielleicht man weiß es nicht wer ist denn die 6 coolie wer ist coolie keine ahnung was ist felix ah nee den felix kenne ich der ist von blood felix ist ja coolie ist von ub war oder so unbesiegt war glaube ich nicht ja aber felix felix ist ja felix von blood genau mit dem ich geschrieben ja ja kommt doch mit dem schreibe ich irgendwie toll oft mein blatt ist irgendwie geil ja ich habe mit dem beiden sogar eine gruppe gehabt mit felix und schon wir sind nicht cool ich wurde schon wieder ich wurde schon wieder eine mod gruppe eingeladen ja ich heute auch warum laden die mich denn die ganze zeit eine mod gruppe ein warum werde ich da nicht eingeladen keiner weiß das was ist eigentlich mit dem ipod account verkauft ja ja wieso hast du den account was wieso hast du den account welchen ipod ipod kriege ich noch 150 ach so du willst ihn kaufen ok 10.5 ein vorteil für uns ja war ja nicht in wirklichen scrims und so weiter da kann man ja zehn punkte ja nicht viel drauf aber random als zähne ausgeben bei potlucks wenn wir wieder scrimfail machen wollen bei potlucks können die das halt ist das halt wirklich egal weil die können uns ja nicht ausschließen ja wir sagen einfach wir haben gar keinen potluck mitgemacht ist doch zufällig was ist denn potluck überhaupt wer ist dieser potluck ist ich glaube es ist freitag ist wieder potluck oder ich weiß nicht wir haben aber freitag wahrscheinlich ligamatch ist freitag schon freitag ja fuck alter wie freitag sonst rennt die vorbereitungszeit davon chillig erstmal hole ich ein 3er und dann können wir vorbereiten alter gleich erstmal gegen reddit oh mein egal aber warum freitag man ich arbeite samstag die ganze Zeit das ist nicht gut na dann samstag dann samstag das ist besser samstag auf sonntag ok ja ohne amir dann holen wir ja gar keinen 3er hallo ich bin da der schafft der ist so geil der Typ wiss es jan amir schafft doch nicht mal ein 3er auf meine farmbase wir werden ja auch noch cw base schaffen hau ab alter willst du nochmal testen nein hat wohl wie auch nicht geschafft hau ab ich hab nur ne kleine farmbase ey wir müssen ey weißt du was wir machen müssen wir müssen mal so live base building machen auf ratos 10 mit dings hier wie war das nochmal äh twitter 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 treibt doch nicht alter sollen wir uns alle noch live einen runter holen oder was ja wenn die base dann wenn die base hält dann ja dann mach ich einen you porn äh kanal auf äh komm du hast schon einen wir wissen es alle nennt sich dann da auch cashnado ja logisch ne dort nennt er sich cashnado oh warum liegt hier streu cocknado 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 ok wenn ich jetzt noch ein name change hätte würde ich mich umbenennen cocknado ok fresse jetzt ich fang an viel erfolg oder ne warte warte stopp was come on mach erstmal 50 liegestütze bis gleich zwei stunden später er hat zusammengebrochen ok normales checken 16 loons magia erinnert mich dann irgendwann mal am clean up clean up nicht jetzt ok 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 mach jemand mal musik an bitte willst du eine mucke haben ja klar nein nein ich will keine mucke die mucke kannst du dann später rein arbeiten ne ist zu kompliziert gleich gleich wang 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 fresse fresse ok ich bin drin fresse jetzt oh wir sind live ich glaub sie jetzt mach ich erstmal liegestütze machst du live machst du live commentary ja Stavi für youtube wir müssen mal echt dabei sein wenn wir unter den neun angreifen fuck fuck power krass ich traite euch den Arsch wunderschöne Queen wunderschöne Queen oh fuck und sie läuft zu LA Oh, ein Tesla. Du kennst meine Base noch nicht, Marco. Beusen? Doch. Ich weiß nicht. Neue Base. Ich habe mir gestern noch nicht angeguckt. Wie, du hast eine neue Base, die hast du kopiert, ey. Da habe ich eine Stunde drin gesessen. Eine Stunde zum Abbauen, oder was? Nein, komplett. Viermal gedefft gestern. Ja, aber weil auch keiner Lust hat, anzugreifen. Ich bin angekommen und habe gesagt, wie soll ich angreifen? Keiner hat was gesagt, aber ich habe einfach reingegangen. Da musste ich schnell wieder aufgehen. Und ich habe meine Bisschen nicht gesetzt. Läuft ja gut bislang. Komm, Queen, jetzt rein. Okay. Oh, mein Gott. Queen ist drin. Fuck, 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 fuck. Was ist los? Poison? Ja. Nein. Poison. Poison? Er hat keinen. Woher? Was? Ripp, Junge. Wozu auch Poison, ne? Wozu auch Poison? Nein. Warte. Leben noch, alles gut. Geht's in die Krippe. Läuft. Oh. Du kommst in den Fernern. Na. It's gonna be a tight one. Scheiß Golem. Okay. Ähm. Oh, shit. Komm, 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 komm. Das kriegt ihr noch hier, Bitches. Meine Base deft. Alter, die Loons. Ei, ei, ei. Der dritte, der dritte, der dritte Loon, der dritte. Komm, 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 komm. Och, man, die Loons. Die Tesla fahren mit. Alter. Rage durch die Tesla. Ja, nein, scheiße. Fuck. Schön gegen den Feger. Alter. Butt, 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 butt. Ach, scheiße. Come on, two star, win wars. Ich weiß. Auf jeden Fall. Du hast noch vier Loons. Ich weiß. Nee. Wie wolltest du Swaggen? Setz dir auf Stathos. Ja, das... Ja, aber ich hole gar keine schlechten... Na, wenn ich Taunol hole, hole ich gar keine schlechten Prozente. Ja. Und zwei Sterne. Schön noch ein Goblin. Alter, ich hole das Taunol nicht. Nö. Alter, fickt mein Leben. Ich hole nicht mal das Taunol. Doch. Nein. So eine Schwanzlutscherei. Die fucking Powerbang. Es ist deine Schuld. Doch, Taunol... Nein. Krass. Mann, wieso hat denn das jetzt gefehlt? Weil der Finger nicht abgelenkt war. Also, am Inferno lag es ja nicht, ne? Es lag nicht im Inferno. Der noch stand. Ja. Die Loons sind... Die Loons sind nicht zur LA gegangen. Ja. Die Loons sind zum Bombenturm, dann zum Magierturm. What the fuck? Nummer sechs. Mit Hux. Okay. Moving swiftly on. Aber schöner Versuch, Stavi. Ja, schau jetzt nochmal. Also, die Kill Squad war gut. Oh. Der greift noch schon an. Hallo. Direkt live. Attacke. Warte, warte, warte. Los, drei Sekunden. Los geht's. Hast du gescoutet? Nö. Es ist Powerbangs Schuld. Okay, viel Erfolg. Der Rage war auch scheiße beim Mannangriff. Die Queen war da nicht drin. Also, Stoned Go Ho. Du kriegst aber den letzten Entfernung nicht. Ich krieg alles. Ich bin Junge. Du hast jetzt aufgebrochen, da ist Scheiße. Ja, sehe ich auch gerade. Was machen die denn da alle? Die Bowler, Alter. Jetzt hat er mir da... Ripp, Ripp. Ripp, Ripp. Oh, 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 oh. Alter, diese Loons. Die sind zum Inferno, dann zum Bombenturm. Ja, gut. Dann zum Morgenturm. Dürften zwei werden, Marco. Congrats. Jawollah. Oh, der Freeze. Episch. Ich mach sie kaputt. Die Dreckspace. Das wird ein Fail, Alter. Was sind Lucky's? Das sind Minions. Nein. Mach sie kaputt. Okay, zwei Sterne. Jawollah. Bin mir nicht sicher, ne? Doch, ich komm. Doch, der Magier. Voila. Alter. Wie zu Go-IP-Zeiten. Unfassbar. Glückwunsch, Marco. Go-Wipe wäre sogar besser geworden. Ich hab lesen. Jetzt noch schön Prozente snacken. Oh yeah. So, wenn soll ich jetzt reiern? Oha.